Weiter geht's mit Assassin's Creed 4 Black Flag. Ich hab mich mal ein bisschen gekümmert. Soll heißen, ich hab den Tinnels umgebracht und ich hab die Erweiterung geholt im Plan. Und auch noch Grand Cayman. Was wollen wir mit der Tose quatschen? Machen wir zwei Sachen. Erstens, wir kaufen uns das Lager. Drei Sachen hab ich gerade festgestellt. Einmal Lager. Mehr schwere Kugeln zum mehr schwere Kugeln und so weiter und so fort. Zweitens, äh, get rid of that, äh, gesuchtheitsstatus. Ja, will ich. Vielen Dank. Äh, und last but not least, äh, muss ich wieder da hoch. Ich hab gar nicht gesehen, da oben kann ich mich wieder prügeln. Prügeln! Will mich prügeln! Prügeln! Hallo, prügeln will! Ey, du hast mich vollgeschüttet, du! Wann hab ich denn nen Bart? Okay, seit wann zum Tafel hab ich nen Bart? Okay, seit wann hab ich nen Bart? Habe ich denn? Ich glaube ja, ich hab nen Bart. Ich hab mir irgendwie nie aufgefallen. Ich hab wohl in irgendein, äh, in der Zeit, äh, gewachsen. Und ja, wir sind schon ne Weile unterwegs. Von dem her... Da kann einem schon mal nen Bart wachsen. Obja, wie geht es uns heute? Überrascht. Wir dachten nicht, dass ihr euer Wort haltet. Sagt uns, warum vermutet ihr euren magischen Schlüssel hier? Er besitzt eine große Anziehungskraft auf Templer, falls das wirklich ihre Schiffe sind. Wir wissen nicht, was die Templer hier wollen. Dieses Volk besteht nur aus einfachen Fischern. Vielleicht auch nicht ganz so einfach. Ich misse mich und das Volk und sehe, was wir herausfinden. Immer diese Anführungszeichen. Wie geht es uns heute, wir herausfinden? Den ganzen Fang? Da hast du aber gut verdient. Oh ja. Und weißt du, genau deshalb nennt man mich ja auch den König der Fischer. Wie er nennt dich so? Ah, sei nicht neidisch. Neidisch? Ich bin nicht neidisch. Straight from the... You best do as he says. He thinks he can get away. There's a devious, simple mind behind these machinations. They may be hunting in packs and isolating the weak, but there's one dark horn guiding them. Ich zeige dir den Zahlschein, wenn du willst. Senorita Marquez rechter Hand Vargas unterschrieb ihn. Sie benutzt sein Haus als eine Art Hauptquartier. Ich traf sie sogar dort, als ich den Fisch auslieferte. Siehst du, Evan ist nun sozusagen ein Edelmann. Ha, ein adeliger Fischer. Sicher doch. Das war einfach. Na, warum merkst du, dass du beklaut wurdest, Junge? Okay, der MacGy, dass er beklaut wurde. Das ist mal was Neues. Das kenne ich anders aus. Das ist erstens Quint 1 noch. Mit dem Beklauen hier. Wo die sich dann sofort umdrehen und so. Ich bin weg. Was hat sie mich klaut? Ich meine, die merken innerhalb von 2 Sekunden, dass sie beklaut wurden. 2 Sekunden. Und hier läuft jetzt schon das weiter, das wäre nichts verseht. Wart ihr erfolgreich? Ich hörte ständig einen Namen. Marquez. Eine Freundin? Ein Mann mit demselben Familiennamen hat unser Dorf zerstört. Wir haben uns gewehrt und ihr Anführer hat diesen Sieg nicht mehr erlebt. Glaubt ihr, die Frau ist mit ihm verwandt? Falls sie es ist, sind wir nicht sicher. Der Zahlschein, den wir stahlen, nennt die Adresse eines ihrer Männer. Vargas. Richtig. Ich weiß, wo das ist. Suchen wir den Köderborschen auf und fragen, was er weiß. Mir nach. Ja, dann mach zu. Ihr müsst versuchen zu verstehen, was auf dem Spiel steht. Ich habe eine Ahnung. Nein. Nicht euer Schlüssel. Einige sagen, die Taino wären bereits ausgerottet. Doch wir lassen uns nicht ausrotten. Unser Kampf geht weiter. Ich glaube nicht mal, Edward ist so close-minded. Da ist es. Das Haus von Vargas. Schnell, versteckt euch und wir nutzen die Überraschung zu unserem Vorteil. Bleibt außer Sicht. Was ist euer BG? Ich wünsche eine Audienz bei Senorita Marquez. Hinterher! Oh, der kommt nicht weit. Ist nicht so, als gäbe es hier viel, wo man hinlaufen könnte. Okay, da ist ein Schiff. Okay. Du willst auf die harte Tour? Ich gebe dir die harte Tour. Muss ich euch halt erst versenken. Mir Wayne. Ja, ahoi, ahoi, ahoi. Ach, wäre er schon nicht. Das wäre so ein erstes Mal. Wenn er sinkt, verlieren wir Marquez. Blablabla. Der Hüpfel da gehört mir. Hallo, Liebes. Ich bin schrecklich da. Wir halten ihn. Entert sein Schiff. Entert es und bringt ihn zum Reden. Worauf wartet ihr noch? Entert es. Ich finde, das ist eigentlich so ein bisschen unsterblich. Oder auch nicht. Vor allem, wer bist du, dass wir hier Befehle geben? Wo ist Marquez? Warum ist sie hier? Sie ist schon auf dem Weg nach Huventud. Sucht sie dort, wenn ihr müsst. Ihr Heer wird euch eine Lehre erteilen. Was für ein Ort? Huventud ist die Insel unserer Feinde. Wenn Lucia Marquez sich dort aufhält, ist es sicher, dass wir ihr Zier sind. Wie viele Feinde habt ihr denn? Wird man gejagt, scheint es manchmal, als wäre jeder Fremde auch ein Feind. Auf Huventud herrscht seit dem Tod des ersten Marquess ein Waffenstillstand. Doch diese Frau könnte den Streit neu entfachen, wenn sie genug dafür bezahlt. Ah, das wäre schlecht. Ich nehme dieses Schiff. Trefft mich dort, wenn ihr den Schlüssel wollt. Ich glaube, ich hatte noch nicht das Vergnügen, auf Huventud zu sein. Wo muss ich denn dafür hin? Huventud. Welche Insel ist denn hier Huventud? Hast du Huventud? Nein, das ist ein Juba. Hast du Huventud? Nein. Hast du Huventud? Nein. Hä? Bin jetzt... Hast du Huventud? Nö. Hast du Huventud? Nö. Hä? Okay... Jetzt bin ich verwirrt. War ich schon mal auf Huventud dann? Tuga... Kammer... Jetzt bin ich verwirrt. So, ist jetzt... Nassau... Apaco... ...Andreas... ...Lalter... 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 Hä? Okay. Ah, da ist noch ein Assis-Hin-Auftrag. Sowas aber auch. Das können wir nicht so stehen lassen. Nein, eigentlich wollte ich nicht nach oben. Kann ich gleich wieder runter gehen. So, wo ist mein Auftrag? Ich werde hier noch mal einen guten Schwert haben. Oh, auch mal mit Bonus. Na, wenigstens war ich diesmal noch nicht da, die sie tauchen. Wenigstens etwas. Hey, du. Ich flotschen weg von meinem Schiff. Hey, die greifen mein Schiff an! Genau, das ist Impolite. Wir tun auch, das ist Impolite. Das war wirklich nicht so nett. Das war wirklich nicht so nett. Sehr nett. Geschaltet hat es mir auch ganz schön. Äh, mein Neuen. Hier kommt Jack's Ripper. Alter. Wann haben die mir so viel Schaden gemacht? Das ist mein Saft. Wann zur Hölle haben die mir so viel Schaden gemacht? So, bleibt mir noch die Sache, äh, wo muss ich hin? Wo ist diese komische Insel? Das ist nie geworden. Ich will was anderes. Oder? Ich will ein anderes Ding. Hm. Nee, Kingston ist Kingston ist Kingston. Das ist was anderes. Da ist nöchst. Da ist nöchst. Unnöchst. Nöchst. Weil wenn ich dann nichts finde, dann muss es dieses Newbone sein. Aber man hat es dann gesagt, dass wir Haven Schlag mich tot. Name der Insel. Irgendwas, Haven Schlag mich tot. Ja, ich hab's nicht so mit Namen. Das kann nur dann Newbone sein. Da haben wir dann gesagt, Haven... Bla. Ich meine, hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Nur hier ist was. Na, gucken wir uns das doch einfach mal an. So, nun sehen wir ja, ob es die Tosse, die da ist oder nicht. Wer hat mir ja sehen, ob es die Tosse ist oder nicht. Also von dem her... No harm done und so. Oh, Sperrgebiet. Ich habe solche Angst. Sind die Schlaussen? Lassen sie mich in Ruhe. Wenn sie Schlaussen. Vielleicht hätte ich es nicht unbedingt auf mich aufmerksam machen sollen. Okay, warum zur Hölle ist da ein Kriegsschiff? Okay, da komme ich nicht durch. In die Wanden, alle Segel raffen. Bring die Hauptsegel in den Wind. An Steuer, Captain, du reißt uns im Stücke. Feier! Ja! Zuerst, warum ist da ein verdammtes Kriegsschiff? Feier! Bereit zu feiern, Sir! Ja! Feier! Ja! Ja! Bereit zu feiern, Sir! Feier! 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 Ja! Geil ist, das Ding kann sich irgendwie kaum wehren hier. Ich nehme es gerade auseinander, ohne dass das Ding großartig was machen kann. Find ich irgendwie geil. Ich nehme das Ding auseinander und es kann nichts dagegen machen. Cool, sondern verliert auch noch mit. Feier! Sie da! Wir können sie entern! Feier! Feuer! 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 Ich meine ja nur... Das Ding kann nichts machen. Hör ab! Feuer! 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 Ich habe so eben ein Kriegsschiff und eine Brigade oder so wirklich versenkt und habe quasi keinen Schaden genommen. Okay. Okay. Operation boot! Okay. Okay. Versuch's gar nicht erst, Junge. Ach, ich werd sehen? Ja, du wirst sehen. Ach ja, werd ich das? Geh mal dahin, wo mehr los ist hier. Also wenn ein einzelner Mann eure Kurs anhand nimmt, würde ich mir Sorgen machen. Wenn eine Kurs sich gegenseitig auseinandernimmt, würde ich mir noch mehr Sorgen machen. Ah, ich muss nur noch entern, äh, Flagge holen. Na schön. Guck mal, dass ich nicht wieder hier Mast feststecke. Das war nicht lustig. Ja, Franzi, damit bist du gemeint. Das war nicht lustig. Was, hinter mir? Ja, hinter mir geht's weiter runter. Ich mein, das ist ein Kriegsschiff. Nur Geld? Ernsthaft? Bah. Ich brauch eine Metallverdammte Axt. Das andere Schiff hat ein bisschen Metall, ey. Aufschließen, Segel setzen. Oh, noch elf Mörser geschossen. Miss. Ich mach halt. Helf! Helf! Hi! Hi! Iho! Hu! Ka-Bum! Mein Geschmack ist ein bisschen wenig Crew gestorben. Ey, ich habe oft kontern. Ach ja, stimmt. Den Töten ist nichts kontern. Und in eine Eier treten. Dann darf ich ihn töten. Gebt mir einfach mal irgendwen, also sollte ich da draufkloppen. So, meins. Und schon wieder kein Metall. Komm. Und schon wieder kein Metall. Und ich bin out of time. Das heißt, wir gehen beim nächsten Mal dorthin. Bis dahin. See ya, Leute. Bis dahin. Vielen Dank.